Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB-Radio. Heute habe ich die Hütte voll. Ramona Kühne, unsere Boxweltmeisterin ist da. Nebst Mann und Trainer Stefan Kühne, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr zusammen hier als Team aufgeschlagen seid. Hallo. Hallöchen. Aufgeschlagen ist gut, ne? Ja. Also wenn man hier mit Kampfsportlern zu tun hat, kann man das Wort aufschlagen doch ruhig mal benutzen, oder? Das ist ein schönes Wortspiel, ja. So, ich habe die Gelegenheit beim Schopfer ergriffen und gesagt, wenn Ramona kommt, dann soll sie natürlich Stefan mitbringen als Mann und Trainer. Und dann reden wir nicht nur über die interessante Geschichte von Ramona, sondern wir reden natürlich auch mal über Stefan. Weil der fällt immer so ein bisschen hin und runter. Ich meine, wenn du mit der Weltmeisterin im Schlepptau unterwegs bist, für dich interessieren sich nicht so viele Leute, dann habe ich so den Eindruck. Na, kaum jemand, aber vielleicht kann ich mich über die Jahre noch emanzipieren, dass irgendeiner aufragt, wer ich bin. Heute kommt es auf jeden Fall mehrfach vor, das können wir dir versprechen an der Stelle. So, Ramona, 13-fache Weltmeisterin im Augenblick im Super-Federgewicht nach Versionen der WIBF, WBO und WBF. Habe ich das korrekt wiedergegeben? Ja. Aber die Anzahl könnte sich ja theoretisch noch verändern. Wir können ja im Vorfeld gleich mal so ein bisschen neugierig machen, weil du planst ja noch einen weiteren WM-Kampf. Ja, natürlich. Also ich möchte dann auf jeden Fall als Weltmeisterin irgendwann mal abtreten und somit werde ich nochmal um die Weltmeisterschaft boxen. Ich kann dir nur noch nicht sagen, um welchen davon. Geht es um die Anzahl der Weltmeistertitel? Also muss es der 14. oder 15. sein? Willst du irgendwas Rundes machen oder warum entschließt du dich jetzt? Na, was rundet hat mal diese der schon. Einen neuen Gast, bitte. Stefan, kannst du das bitte ganz kurz ausführen, wie du das meintest? Na, Ramona hatte einen runden Geburtstag. Das stimmt, 1980 geboren. Es ist am 31. Jahr 1980 geboren, war ein runder Geburtstag. Sie ist, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 30 geworden oder so. Genau so. Danke, was möchtest du trinken? Ich suche mir nachher was aus der Karte aus hier. Nein, es war tatsächlich der 40. Geburtstag. Aber ich sage immer, ich bin wie ein guter Wein. Je älter, desto besser. Absolut. Es gibt ja Leute, die haben in der Zeit schon gesagt, nö, ich möchte nicht mehr als Profiboxerin oder Boxer arbeiten, weil ich finde, mit 40 darf man sie auch ein bisschen zurücklegen. Und du sagst, ist mit euch nicht in Ordnung. Genau. Wir werden erst mal anfangen, deine Karriere so ein bisschen zu erläutern, weil die Geschichte Ramona Kühne finde ich so unglaublich spannend, weil du kommst ja aus einer anderen Sportart ursprünglich. Ja, eigentlich komme ich aus dem Jujutsu, bin dann ins Kickboxen gewechselt und habe dann den Schritt ins Amateurboxen gemacht und habe dann irgendwann entschlossen, mal Profi zu werden. Aber warst du nicht auch mal Schwimmerin? Ja, auch. Wir Berliner, wir sagen Schwimmmeister oder auch Bademeister. Aber wenn ich jetzt mal ganz gemein sein darf, ich bin Fachangestellte für Bäderbetriebe. Also es ist tatsächlich ein Lehrberuf. Du hast das aber nie als Wettkampfsportart betrieben, sondern du hast einfach nur in dem Beruf gearbeitet. Ja, weil ich habe immer einen Beruf gesucht, wo ich mich sportlich betätigen kann. Und ich gebe es zu, bei der Polizei habe ich den Einstellungstest damals nicht bestanden. Zu klein. Genau. Nein, und darum habe ich mir was anderes einfach gesucht. Und durch, ich sage mal, über 30 Ecken hat mir dann einer gesagt, von wegen Mensch, lern doch das. Da kannst du denn Sport machen, macht Spaß. Und da habe ich gesagt, okay, dann versuche ich es. Und somit bin ich dazu gekommen. Aber Kampfsport sollte es schon immer sein? Kampfsport sollte es schon immer sein, ja. Eigentlich schon seitdem ich fünft bin, glaube ich. Du warst ja auch, bevor du Boxerin wurdest, auch schon in anderen Kampfsportarten auch relativ erfolgreich. Ja, im Jujutsu habe ich vieles geschafft. So Berlin-Brandenburgische Meisterin, Deutsche Meisterin. Ich bin 2000 auch zur WM nach Schweden gefahren. Da hieß es dann aber noch Allkampf oder Ultimate Fight, was heute das neue MMA ist. Da war ich 2000 in Schweden und habe dort den dritten Platz belegt. Wann ist dir Stefan über den Weg gelaufen? Das finde ich gespannt. Naja, eigentlich bewusst ist er mir 2000 über den Weg gelaufen. 2001? Nein, seit 2001 sind wir jetzt fest zusammen. Ach so. Na guck mal, eine Ansteller siehst du. Hallo? Das bringt ja schon die Jahrzehnte durcheinander. Ja, nein, ich sag ja, wir kannten uns wahrscheinlich schon durch diese Trainingszeiten länger, also so zumindest so Sehentag und Tschüss. Aber mir ist er eben bewusst so seit 2000 in die Augen gefallen und dann seit 2001 sind wir ja dann zusammen. Und seit wann trainiert ihr gemeinsam? Auch seit 2001? Genau. Stefan hieß ja damals noch Böstfleisch. Ja. Den Namen wolltest du nicht annehmen, Ramona, war? Nein, also es hat jetzt nicht nur was mit dem Namen zu tun, sondern ich habe schon seitdem ich denken kann, gesagt, ich möchte meinen Namen behalten. Der kann der von und zu heißen, sage ich, ich möchte bitte meinen Namen behalten. Natürlich ist jetzt Kühne nicht gerade ein seltener Name, aber ich habe gesagt, ich finde ihn schön und ich möchte ihn behalten. Deswegen musst du so auch zehn Jahre warten, ehe wir dann geheiratet haben. Die Geschichte erzählen wir gleich, aber erstmal erzählen wir was über deine Karriere, Stefan, weil du warst ja nicht unerfolgreich als Boxer. Wie viele Kämpfe, wie viele Siege? Ich habe als Amateur geboxt, habe 55 Kämpfe, 45 gewonnen. Ich war nicht schlecht, aber ich hatte nicht die Zeit jetzt ernsthaft zu trainieren, sondern nebenbei musste ich auch noch ein bisschen arbeiten. Fußball spielt habe ich auch noch. Ich konnte viele Sachen nicht so richtig gut, aber ich konnte viele Sachen einigermaßen gut. Und wann hast du dich entschieden, Trainer zu werden? Ja, eigentlich als ich dann aufhört habe. Anfang der 90er hat man gemerkt, dass ich also nicht nur ganz gut selber boxen kann, sondern auch das Verständnis habe, Leuten was zu vermitteln, zu erkennen, wer kann was. Und daraus ist dann so ein bisschen entstanden, dass ich ein, zwei Mentoren hatte, die mich dann so ein bisschen an die Hand genommen haben, älte, und mir zeigte, wie man als Trainer arbeitet. Und als Ramona kam, da hat sie gesagt, Mensch, traini mich doch? Nee, als wir uns kennengelernt haben, wusste ich ja, dass sie Kampfsport macht, Jutsu, ein bisschen Kickboxen, und habe sie da versucht zu fördern erst und habe dann festgestellt, dass die Füße nur zum Stehen da sind, dass er dann nicht ganz so fit ist und habe gesagt, lass uns mal boxen und dann ist die Geschichte entstanden, über das Amateur boxen. Und dann war sie hungrig, dann wollte sie als Amateurin war und erfolgreich war, wollte sie ja unbedingt Profi werden. Ja, aber wir beide hatten ja keine Ahnung. Also wir wussten ja nicht, wie das abläuft bei den Profis. Und dann mussten wir uns erstmal da so ein bisschen reinfuchsen. Ich finde das immer so niedlich, weil er macht sich doch immer ein bisschen kleiner, als er ist, weil ich glaube, dass er schon ein recht guter Fußballer war, was er dann aber, glaube ich, zur Liebe zum Kampfsport dann einfach auch nicht weitergemacht hat. Was im Nachhinein für mich gut ist, aber vielleicht schade war, also weil er hätte, glaube ich, als Fußballer auch ganz gut durchstarten können. Dafür, dass du sagst, Stefan, wir hatten ja gar keine Ahnung, wie das geht, habt ihr daraus wirklich eine ganze Menge gemacht? Welche Hürden musstet ihr dann da überspringen in der Zeit auf dem Weg bis zu einer erfolgreichen Profikarriere? Eigentlich alle, weil du kommst ja an und aus dem Amateurbereich und sowohl als Sport als auch als Trainer, du kannst ja nichts. Also die Profis erklären ja erstmal, du kannst nichts, also gerade auch als Trainer. Und dann mussten wir erstmal ein bisschen gegen den Gegenwind arbeiten und hatten irgendwann ein Glück, dass wir dann, glaube ich, 2007 Ulf Steinfurt kennengelernt haben und da hat er in Ramonas Karriere so einen richtigen Schub nach vorne genommen, weil er eben ein großer Promoter ist und war und sie natürlich ganz anders fördern konnte. Das war dann für uns einfacher, aber so die ersten ein, zwei Jahre mussten wir ganz schön selber strampeln. Viele Veranstaltungen selber organisieren, die ersten Kämpfe, Karten verkaufen, kleine Sponsoren ranbringen und dann, wie gesagt, 2007 mit Steinfurt wurde dann einfacher. Ja, auch als Amateur war das schon sehr steinig, weil wir eben nicht aus diesen Sportschulenboxen kamen, wo dann eben die ganzen Amateurtrainer rumgelaufen sind, sondern wir waren ja komplette Quereinsteiger. Und selbst da hatten wir schon echt Gegenwind. Und dann hieß es, nein, du musst dich erstmal hier beweisen, da beweisen und was ihr trainiert, nee. Und letztendlich haben wir das dann aber gemacht und haben beim Amateurboxen dann schon, dann sind wir dann an allen anderen vorbeigelaufen. Die Leistung hat sich durchgesetzt am Ende des Tages, aber war trotzdem ein harter Steinerweg, also nicht so einfach, wie man das von außen so manchmal sieht. Und dann kamen sie alle, die ganzen Schulterklopfer. 13. Oktober 2007, das war der erste Kampf im Halbwälter, gegen Loli Muñoz. Loli Muñoz, ja. Loli. Loli Muñoz. Loli Muñoz, ich wollte es nicht in den Mund nehmen. Loli Muñoz, ja, ja. Loli Muñoz. Loli Muñoz, wie war das, als ihr damals zum ersten Kampf da angekommen seid? Haben die gedacht, was wollen die denn hier? Oder hatten die gleich auch euch auf dem Schirm? Ne, das war eigentlich ganz cool. Da war der erste Kampf, glaube ich, bei Ulf Steinfurt. Und da hatte er vorher bei Ramona angerufen, Mensch, du kannst bei mir boxen. Aber eben wird gleich ein Live-Kampf im Fernsehen und gleich eine WM. Und dann hat sich erst gefreut und hat sie, glaube ich, vier Tage lang Durchfall gehabt. Erstmal Vorbefrierung. Und dann haben wir uns auf den Kampf vorbereitet. Aber ich meine, wenn du ursprünglich Fußballer warst und selbst nur Amateurboxer, von wem hast du dieses ganze Wissen, was du mittlerweile ja auch hast und weitervermittelst, überhaupt alles herbekommen? Hast du das alles selbst verarbeitet? Selbst verarbeitet. Und zum Anfang war eigentlich der Einzelne, der mir da so ein bisschen geholfen hat, Thorsten Schmitz, mit dem ich heute manchmal noch Kontakt habe. Der war früher bei Universum Trainer. Das war der Einzelne, der mir so ein bisschen mal ein, zwei Sachen verraten hat. Ansonsten, ich sage mal, sind zwar andere Sportarten, weil du mehr Runden boxst. Teilweise sind bei den Profis andere Sachen entscheidender als bei den Amateuren. Aber erstmal mit Boxen an sich kannte ich ja schon. Aber du hast eben erstmal einen schweren Einstieg, weil dir jeder erklären will, ja, da wo du herkommst, das ist zwar schön, aber nur wir wissen, wie boxen ist. Gerade im Profibereich. Und da wurde ja schon viel weggebissen. Aber durchsetzen, an sich selber glauben und sich nicht beirren lassen. Ich frage mich manchmal, wie das ist, wenn der Trainer gleichzeitig der noch damals Freund oder Lebenspartner ist und dann später Ehemann. Ich weiß aus meiner sportlichen Karriere, Trainer hat eine Ansage gemacht und dann wurde das umgesetzt. Ich kann mir das schwer vorstellen, wenn der Trainer gleichzeitig der ist, mit dem man den Haushalt zusammen bewohnt. Ja, also ich muss auch sagen, das erste Jahr war auch wirklich mega chaotisch, weil eben, ja, ich sag mal, die Akzeptanz als Trainer war dann auf einmal nicht mehr so da wie vorher, also als er nur der Trainer war. Und anfangs war es auch irgendwie ganz lustig, weil auch die Jungs dann teilweise zu mir gekommen sind und gesagt haben von wegen so, wenn wir was nicht trainieren wollen, dann hieß es von wegen, ah, geh du mal hin und sag mal, wir wollen das heute nicht machen. und dann war ich natürlich immer die Zickige, die gesagt hat, nee, das machen wir heute nicht. Naja, und irgendwann hat er mich da mal beiseite genommen und hat gesagt, so Mädel, jetzt müssen wir mal eins klarstellen. Beim Training bin ich Chef und zu Hause können wir das dann nochmal ausdiskutieren, wer da Chef ist. Na, zu Hause bist du Chef. Ich wollte es doch nur von dir hören. Er hat es jetzt gesagt und wir haben es alle gehört. Da hielt es mir so wie jemand, da soll, sag mal, keiner übertreiben. Also zu Hause haben schon die Spiele. Nein, also da habe ich das schon manchmal ganz schön auch wirklich übertrieben. Ich muss sagen, Mann, ich war Anfang 20 oder ja, 20, 21. Da habe ich sowieso noch ganz anders. Und da war mir das dann alles egal. Wenn er gesagt hat, von wegen, komm, hier werden 20 Liegestütze extra gemacht, dann habe ich gesagt, gerne, aber nicht mit mir. Und habe dann eben drum gezickt, so wie es sich gehört als Mädel. Letztendlich habe ich es dann ja doch gemacht, weil sonst wäre alles nicht so geworden, wie es ist. Aber das erste Jahr war schon mega chaotisch und wirklich, ja, auch sehr anstrengend. Aber letztendlich haben wir jetzt das so gut zusammen gelernt, dass ich es weiß, beim Training ist er Chef. Da darf ich ihn dann auch nicht mehr Hase oder Schatzi oder so nennen. Trainer. Trainer, da wird er genau. Trainer genannt. Und Sitzen. Nein, das nicht. Ja, nein, aber da weiß ich, da muss ich ihn, wie gesagt, auch Trainer nennen. Und sobald dann die Handschuhe aus sind, darf ich dann auch wieder Hechi oder was auch immer zu ihm sagen. Und ja, und jetzt inzwischen kann ich mir nichts anderes vorstellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist das Beste, was mir je passieren konnte, dass mein Trainer auch mein Partner ist, weil man ja eigentlich auch gerade als Profi so viel Zeit im Training verbringt, dass ich also immer meine Familie ja bei mir habe, auch wenn wir jetzt irgendwo im Trainingslager waren oder wenn es eben hieß, wir boxen da und da und auch so dieses ganze Zuhause, weil ich glaube nicht, dass so jeder Partner das so einfach mitmacht, wenn man sagt, von wegen du, jetzt mache ich mal zehn Wochen Diät und du musst meine Launen ertragen. Es ist anders, wenn der Trainer dabei ist, weil er das ja versteht, was da passiert gerade und das einfach viel besser mitmachen kann. Genauso, wenn ich jetzt sage, du, wir gehen nicht zur Party, weil ich habe keinen Bock da oben mit Wasser zu sitzen, gerade wenn ich irgendwo bin, weil ich bin jetzt kein Mensch, der so gerne irgendwo alleine hinfährt, gerade wenn ich jetzt zu Boxkämpfen gegangen wäre und so habe ich ihn immer dabei. Besser geht nicht. Habt ihr erst euch ineinander verliebt und dann miteinander trainiert oder erst miteinander trainiert und euch dann ineinander verliebt? Also, ich sage es mal ganz ehrlich, also ich habe mich in ihn verguckt, ich weiß nicht, ob er mich schon entdeckt hatte, aber für mich war er ja eigentlich noch ein rotes Tuch, weil er zu dem Zeitpunkt noch einen Ring am Finger trug und da habe ich gesagt, okay, kannst du eh vergessen. Dann habe ich dabei hinterher erfahren, dass er den eigentlich nur noch so als Schutzschild getragen hatte, weil er ja schon eigentlich getrennt lebte und hoffte, dass man ihn in Ruhe lässt, wenn er den Ring noch trägt und dann hat er mich aber, wenn er nicht angesprochen, sagen wir es mal so, ich habe bei seinem Training mitgemacht und da hat er mir den Finger gebrochen aus Versehen. Oh, so witzig gehört, zur Begrüßung. Zur Begrüßung, den Finger gebrochen und daraus ist einfach nur entstanden, dass er mir dann im Auto hinterher gefahren ist, weil mein Finger natürlich anschwoll und wir dann gemeinsam ins Krankenhaus gefahren sind und eher wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen hatte und so ist dann daraus entstanden, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen, wie geht es deinem Finger und ja. Das ist eine der ungewöhnlichsten Geschichten, die ich jemals gehört habe, Stefan. Achso, aber war echt so, Wie habt ihr euch kennengelernt? Er hat mir den Finger gebrochen. Das ist wirklich, das ist unfassbar. Ja, sind wir nachts ins Krankenhaus noch gefahren, ja. Und da war für mich so ein bisschen, wie gesagt, also ich glaube, ich war eher in ihm verknallt, als er mich gesehen hatte und da fand ich nur so niedlich, wie wir dann ins Krankenhaus gekommen sind und die Schwester sagte, naja, sie können sich denn hier hinsetzen und ihr Mann kann denn da warten und es ist bei mir runtergegangen wie Butter. Ich dachte mir so, Können Sie das nochmal wiederholen? Können Sie das nochmal wiederholen? Sie sehen uns als Paar an, das ist toll. Ja. Du hast irgendwann in deinem Leben 83 Kilo gewogen, war das zu dem Zeitpunkt, als ihr euch kennengelernt habt? Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sich so anschaut. Nein, also als wir uns kennengelernt haben, war ich noch bei Satte 78, glaube ich, aber ich habe mal zur Höchstphase tatsächlich 83 gewogen, was jetzt alles nicht nur angefressen war, sage ich mal so, sondern ich habe als Kind jahrelang Kortison nehmen müssen und was das natürlich dem Körper über Jahre hinweg natürlich auch sehr aufgeschwemmt hat. Klar, ich habe auch immer gut gegessen, aber ich habe auch immer viel Sport gemacht und ich glaube, als wir uns so kennengelernt hatten, war auch so ein bisschen so der ganze Kortisonmüll, nenne ich es mal, aus dem Körper raus und somit konnten wir dann auch gemeinsam mit seiner Hilfe, weil ich hatte ja auch gar keine Ahnung richtig, wie sowas geht, sich gesund ernähren und richtig trainieren. Ich habe ja einfach nur alles so gemacht, was ich für mich richtig gehalten habe. Ja, und somit haben wir dann also geschafft, tatsächlich mal von diesen 78 oder meinen ursprünglichen 83 mal, denn bis zum Mensa-Kampf, wo ich 56,8 hatte, uns runter zu kämpfen und trotzdem Leistung zu bringen. Das ist unglaublich. Du hast in deinem Leben auch mal einen sehr schweren Unfall gehabt, der fast dich deine Profikarriere gekostet hätte. Ja, der war mit 13, da habe ich also gerade frisch mit Juhu zu angefangen, also war gerade so ein Jahr dabei und bin dann, ja, die einen sagen so, die anderen so, ich sage mal, die erste Ampel war tatsächlich noch rot, die zweite Ampel war, es war so eine Doppelkreuzung, war inzwischen schon auf grün umgesprungen und dann kam von der rechten Seite noch so ein Polizeibulli und hat mich, man hat ausgerechnet, weil man hat ja den Flugweg mit meinem Gewicht gemessen und hat mich dann tatsächlich 30 Meter geschleudert gegen den dort wartenden BVG-Bus, der da stand, den wir alle bekommen wollten und Tatsache war, dass der eben wirklich über rot gefahren ist, wir die erste Ampel über rot genommen haben, vor mir sogar noch ein Junge schneller über der Straße war, nur alle anderen stehen geblieben sind, außer ich, weil sie den noch haben kommen sehen und da war, hatte ich glaube ich, mehr als einen Schutzengel dabei, wahrscheinlich auch noch meine Fülle, die mich ein bisschen gerettet hatte. Ich hatte einen Rucksack mit Klamotten auf dem Rücken, weil wir so einen Zweitagesausflug machen wollten. Also ich hatte alle Schutzengel dabei, die ich hatte und habe das dann überlebt. Natürlich mit vielen, vielen Brüchen und Verletzungen, die mich dann eigentlich erst mal kurz zurückgeschmissen haben, wo sie dann sagten, da ist nicht mehr viel mit Sport. Hast du Erinnerungen an diesen Tag, an diesen Unfall? Ja, ich kann mich noch eigentlich an fast alles erinnern, außer den Flugweg, also die Flugphase. Also ich kann mich wirklich noch erinnern, dass der Junge vor mir rüber ist, weil wir haben alle so seitlich auf die Ampel gestarrt und haben gesehen, ja, jetzt wird es gelb, jetzt wird es rot und dann sind wir alle losgerannt und es ist wie gesagt auch eine Riesenkreuzung gewesen und ohne Bäume, also die ist total übersichtlich gewesen. Der Junge, der war noch kleiner als ich, der war sogar noch vor mir und ich habe dann nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass alle irgendwie stehen geblieben sind und ich habe eben einfach diesen Schritt gemacht und habe nur aus dem Augenwinkel, sehe ich noch dieses Auto und dann kann ich mich noch erinnern, dass ich am Boden lag und immer gesagt habe, ich kriege keine Luft und als wir dann im Krankenwagen lagen, habe ich dann nur gesagt, alles ist gut, ich kann noch nach Hause gehen, aber das lag daran, dass ich dann schon mit Morphium vollgepumpt war. Auch im Krankenhaus, ich kann mich eigentlich noch an alles erinnern, wie sie mich geröntgt haben und wie ich dann eben in Narkose gelegt worden bin und dann irgendwie wieder wach geworden bin. Also ich kann mich eigentlich bis auf diese reine Flugphase an alles erinnern. Du hattest sehr, sehr schwere Verletzungen und hast auch lange gebraucht, bevor du überhaupt am Leben teilnehmen konntest. Wie lange hat es gedauert? Na, ich lag zehn Tage auf der Intensivstation und dann glaube ich noch eine knappe Woche auf der normalen, weil dann ging es relativ schnell danach. Ich glaube ein Dreivierteljahr oder so, habe ich schon mit allen Sachen zu kämpfen gehabt, um dann halbwegs auch wieder an der Schule teilzunehmen und was mich natürlich dann auch schulig ganz schön zurückgeschmissen hatte. Und hast du darüber nachgedacht, jetzt ist mit meiner Jujuzo-Karriere erstmal vorbei, ich kann den Sport nicht mehr machen, den ich geliebt habe? Na, als mir gesagt wurde, von wegen da ist nichts mehr, habe ich natürlich erstmal geweint, Na klar. Aber ich habe mir eigentlich in dem Moment, glaube ich, weniger Gedanken gemacht, dass es nicht funktioniert, sondern ich bin dann eigentlich, als ich dann wieder halbwegs mit meinen Krücken laufen konnte, bin ich dann auch immer wieder zum Training hingelatscht und habe dann einfach nur zugeguckt. Weil ich wusste auch, vom Zugucken lernt man. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Das war so meins. Und dann habe ich dann irgendwann wieder mit dem Training angefangen, was natürlich nicht leicht war, weil mir eigentlich alles immer wehgetan hat. Und ja, und dann wusste ich, okay, das packst du. Ich habe eine Gänsehaut, wenn ich da zuhöre. Ich denke, Verfluchtachs ist der Weg zurück ins Leben. Das ist manchmal nicht so einfach. Und hast du noch irgendwelche Spätfolgen jetzt heutzutage von diesem Unfall, der ja schon auch mittlerweile über 20 Jahre zurückliegt? Ja, also Spätfolgen waren, glaube ich, dass meine Kreuzbänder natürlich dadurch sehr mit Leidenschaft gezogen waren. Und ich also immer damit Probleme hatte und die Ärzte gesagt haben, nee, solange die halten, macht es mit Muskulatur weg. Was man natürlich dann jetzt festgestellt hatte, wo ich dann 2014 und 2012 sind mir die Kreuzbänder weggerissen, weil dann einfach irgendwann war dann zu Ende. Das haben die dann nicht mehr, die Muskulatur hat es dann einfach bei einer Bewegung nicht mehr geschafft. Und das waren natürlich die Spätfolgen, die mich natürlich dann in der Profikarriere auch nochmal so weit zurückgeschmissen haben, wo es dann hieß, so jetzt kannst du aufhören. Weil mit 32 bist du eine alte Frau, bis du wieder da bist nach dem Kreuzbandriss. Ein Jahr vergangen. Und bei 34 haben sie gesagt, so jetzt erst recht. Mich hat das aber alles nie aufgehalten. Also die anderen Spätfolgen, dass ich sage, ich vergesse viel oder so, dann habe ich wenigstens eine Ausrede. Und ja, Zähne weg. Und ja, zum Glück gibt es ja die Dritten. Ja, und eben unschöne Narben am Körper, wo ich sage, okay, aber zum Glück bin ich ja kein Nacktmodel. Also Narben machen erst interessant, oder? Das ist wohl wahr. Ramona Kühne ist bei mir zusammen mit Mann und Trainer Stefan Kühne. Stefan, hat sie ab und zu mal einen off-leidend gemacht? Hat gesagt, du, ich hatte früher mal einen schweren Unfall, nehme ich nicht so hart ran als Trainer? Nee, Ramona macht nie off-leidend. Ganz im Gegenteil, Ramona musste stoppen. Also auch bei den oder nach den Verletzungen, die wir gemeinsam durchleben mussten, Kreuzbandrisse und so. Ramona will immer fast zu viel. Also wie im Training, da musst du ja sagen, Mensch, mach mal Ruhe, ja, das reicht für heute. Genauso bei den Verletzungen, sehr ungeduldig. Wollte am besten zwei Tage nach der Kreuzband-OP schon, wenn sie die Treppen steigen und so. Also sehr ungeduldig, was gut ist, weil sie dann sehr zielstrebig und ehrgeizig ist, aber man muss sie manchmal bremsen, weil sonst schießt sie über Ziel hinaus. Aber manchmal ist sie auch sehr geduldig, wenn es darum geht, zum Beispiel einen richtigen Heiratsantrag zu bekommen, weil das war bei euch ja ein bisschen schwierig, glaube ich. Du hast immer den falschen Ort irgendwie gewählt. Man müsste erst mal richtig definieren. Also ein Heiratsantrag, aus meiner Sicht waren die alle cool, weil die spontan waren und an ungewöhnlichen Orten, wo nicht jede Frau einen Heiratsantrag kriegt. Zum Beispiel? Bei Kaisers an der Kasse. Da hat er gefragt, willst du mich heiraten an der Kasse? Ja, so ungefähr. Die Schlange war lang und wir mussten eine Weile warten, dachte ich, Mensch, mach ich mal ein Heiratsantrag. Wenn wir ja schon stehen und warten, dann... Genau, wenn wir ja schon stehen. Nee, war Zufall. Also da waren so Hochzeitskarten und ich glaube, zu dem Zeitpunkt liefen auch diese ganzen Fernsehsendungen, weiß ich nicht hier, Frank, der Weddingplaner oder keine Ahnung. Also zu dem Zeitpunkt waren irgendwie so viele Hochzeitssendungen und dementsprechend hat man ja dann irgendwann so einen Blick dafür und sieht irgendwie alle nur noch heiraten. Und dann waren an dieser Kasse tatsächlich nicht nur Geburtstagskarten, sondern auch so Hochzeitskarten und da habe ich gesagt, ich dachte so, ach, guck mal, die ist aber schön. Und dann hat er dann so ganz trocken gesagt von wegen, naja, heiraten würdest du mich ja sowieso nicht. Oder? So, das war für ihn ein Antrag. Na, ist doch in Ordnung. Da habe ich gesagt, das war jetzt nicht dein Ernst, oder? Der hat nicht gezählt. Der wurde abgelehnt. Der hat nicht gezählt, nein. Du hattest das aber schon im Kopf, dass du das gerne hättest gemacht. Ja, also Stefan, du hattest schon irgendwann auf den richtigen Moment gewartet und das war dir halt der falsche Augenblick, oder wie? Für mich war es der richtige Augenblick, aber ich hatte mehr damit zu tun, dass ich ja wusste, Ramona will ihren Namen behalten. Also, Ramona so und so, aber auch ihren Nachnamen. Und dafür habe ich eine Weile gebraucht, als Mann mir einzustehen, okay, ich würde meinen Nachnamen abgeben und auch Kühner annehmen. Wichtig war nur, dass ich nicht Ramona heißen muss. Das war für mich das wichtigste. Na gut, ich sage mal, Ramona Böstfleisch wäre natürlich als Boxerin auch nicht so wahnsinnig spannend, oder? Ja, habe ich auch gesagt. Ich habe dann auch gesagt, da sage ich, wie hört sich das denn an, wenn ich in den Ring gerufen werde mit Ramona Böstfleisch? Da sage ich, das geht gar nicht. Ich bin eben ein Mann und war noch jung und hatte eben nicht eingesehen, warum soll ich meinen Namen abgeben? Ja, zumal er auch noch eine Tochter hat, wo er sagt von wegen, nee, die heißt ja dann auch nicht mehr wie ich. Und da habe ich gesagt, wir könnten eigentlich nicht drüber reden, sage ich, aber wenn, dann müsste es sowieso so sein, dass denn deine Ex-Frau ihr Kindsname wieder annimmt. Weil ich möchte nicht mit Frau Böstfleisch mit ihr unter einem Namen stehen. Dann bin ich dann einfach so zickig, dass ich sage, will ich nicht. Und dann wurde es zu kompliziert. Dann habe ich gesagt, hüte deine heiße Kühne. Das wurde mir dann zu kompliziert. Warte mal, wir müssen mal zurück. Wir gehen mal zu Kaisers zurück an die Kasse. Du hast also gefragt, nach heiraten würdest du mich ja sowieso nicht. Da hat sie gesagt, nö. Ja, weil da kam dann noch so ein Ode hinterher und da habe ich dann ihn nur angekloppt. Ich sage, war das jetzt ein Antrag? Na klar, habe ich gesagt, war ein Antrag. Und da sage ich, nee, das nehme ich nicht. Das akzeptiere ich nicht. Na, weil sie schon dran waren mit dem Bezahlen in dem Augenblick. Da konnte ich jetzt nicht ganz Aufstand machen beim Kaisers, nein, aber ich habe gesagt, das ist für mich inakzeptabel. Es folgte Antrag Nummer zwei, Stefan. Ich weiß ja nicht mehr, wo der war. Der war ähnlich. Und da, weil ich sagte, zu dem Zeitpunkt liefen eben unheimlich viele Hochzeitssendungen und ich lag so faul auf der Couch rum und dann lief dann eben irgendwas. Und dann habe ich dann wieder so vor mich hingeträumt und habe gesagt so, oh, guck mal, wie schön ist das denn? Und dann kam dann wieder sowas. Nee, nee, ich habe schon gefragt. Komm, wollen wir mal heiraten? Das war Sonntagnachmittag. Ach ja, genau, so plump, genau. Dann sagt er von wegen, naja, komm, dann lass uns heiraten. So wie, komm, lass uns mal ein Eis essen fahren. Dann habe ich gesagt, das war jetzt für mich auch kein Antrag, also abgehakt. Antrag Nummer drei, Stefan. Hast du dir ein paar Gedanken darüber gemacht und den richtigen Ort gewählt? Ramona hatte einen runden Geburtstag und war ihr 30. Ja, und wir haben groß gefeiert und dann habe ich mal vorher mir ein paar Sendungen im Fernsehen angeguckt, wie das immer so abläuft und habe mir dann so eine rote Rose genommen, bin auf die Knie und habe ihren Antrag gemacht. Und ich hatte Glück, der hat gezählt, weil danach wäre ich mit meinem Latein am Ende gewesen. Der war vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit, vor Publikum. Ja, ja, ja. Da kann man auch schlecht Nein sagen. Außerdem wolltest du auch nicht Nein sagen. Du wurdest nur richtig gefragt. Genau, genau. Ich habe ja eigentlich schon zehn Jahre darauf gewartet. Sie musste sich erst mal bewähren. Ja, ich habe ja dann auch irgendwann, ja, das war ja das Lustige. Also wir waren ja dann schon ein paar Tage zusammen und dann weiß ich, dann wurde es ja mit dem Boxen dann auch immer irgendwie erfolgreicher und als ich dann 2007 ja den ersten Weltmeistertitel gewonnen habe, habe ich dann irgendwann mal zu ihm gesagt, da sage ich, du, lass dir nicht einfallen, nur weil ich Weltmeisterin bin, dass du mir dann einen Antrag machst. Dann sage ich nämlich Nein. Sag ich, ich möchte, dass du mich heiratest, so wie ich jetzt bin. Und dann, ja, aber er hat mich dann trotzdem noch mal drei Jahre zappeln lassen. Aber ist ja alles gut. Genau, Happy End, also die beiden sind verheiratet und heißen jetzt Kühne. Genau, und jeder hat seinen Vornamen behalten. Das ist auch gut so. Ramona Kühne und Stefan, Ehemann und Trainer sind da. Ramona, bisher 31 Profikämpfe, 30 gewonnen, 13 Mal K.O. Kannst du dich an alle 31 Kämpfe noch erinnern? Bis auf einen. Den kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, doch vier Runden. Ja, vier Runden, genau. Ja, ich glaube, das war mein zweiter WM-Kampf und der war damals gegen Galina Ivanova in Aschersleben. Genau, tolle Veranstaltung. Ich kann mich nur an nichts erinnern. Wir hatten die Auswahl, ich sage mal, zwischen Cholera und Pest. Da waren uns zwei Mädels vorgeschlagen worden und die eine war schlimmer als die andere. Und leider wird ja beim Boxen immer so Quervergleiche gemacht. Und dann wird immer gesagt von mir, ja, guck mal, die hat da verloren, da verloren, da verloren. Und dann sage ich so, habt ihr mal hingeguckt, gegen wem die verloren hat? Naja, auf jeden Fall mussten wir uns dann für einen entscheiden. Und sie war auch noch, war sie Rechtsausleger? Ja, sie war sogar noch Rechtsausleger. Und bei Frauen ist ja immer das Problem, findet man einen Sparingspartner, der auch ein richtiger Rechtsausleger ist und der noch in deiner Gewichtsklasse und auch noch eine Frau. Gibt es, glaube ich, es gibt ja sowieso nur, glaube ich, zehn Prozent der Menschheit sind sowieso nur Rechtsausleger. Jetzt muss man sich überlegen, wie viele davon sind Frauen, Boxen, in meiner Gewichtsklasse. Bleiben nicht mehr viele übrig. So ist es, ja. Ja. Dementsprechend war also die Vorbereitung auch nicht so optimal. Da musste also meistens irgendwie ein Junge den Rechtsausleger mimen. Und ja, also ich war sowieso nicht wirklich begeistert von dem Kampf und habe auch schon in der Garderobe gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. So, man hat ja so seine Rituale, damit man eben so den ganzen Ablauf. Und da gucke ich so und denke so, oh nee, also deine Augen sehen heute nicht wirklich fit aus. Also man hat ja so einen Blick dafür und dann sage ich so, okay. Und irgendwie war auch meine Konzentration, also ich konnte mich nicht so wirklich fokussieren, habe ich richtig gemerkt. Der Körper hatte nicht so eine Spannung. Ist ja irgendwie so ein bisschen, ich sage mal, ich hatte so ein bisschen Leckerstimmung. Darf ich das sagen? Ja. Und habe dann aber trotzdem versucht, mich irgendwie so hochzupuschen. Und ja, dann kommen wir also da rein und ich glaube, in der vierten Runde kriege ich dann von ihr auch wirklich so eine richtige krachende Linke, wo das dann wirklich, ich habe, es hat so aufgeflecht in meinem Kopf und es hat vibriert von den Ohren, Läppchen bis runter in die Zehenspitzen. Habe ich vorher noch nie gehabt in meinem Leben. Also klar, nachdem mich Stefan einmal kurz angenockt hatte beim Training, aber das war nicht vergleichbar mit dem, was mir da passiert ist. Und von dem Zeitpunkt an kann ich mich bis heute an nichts mehr erinnern. Außer, aber auch nur, weil ich mir den Kampf danach nochmal angeguckt habe, dass Stefan immer sagte, rechte aufwärts, linke haken oder irgendwie so. Also beim Rechtsausleger fängt man ja am besten immer mit rechts an und habe also immer nur das Gleiche gemacht. Also ich habe nur funktioniert wie ein Roboter. Es war alles nur noch im Unterbewusstsein, was ich da gemacht habe. Und es scheint richtig gewesen zu sein, weil ich habe den Kampf tatsächlich noch gewonnen. Aber es ging zwischendurch komplett die Lichter aus, ja bei dir? Ja, es war kurz mal. Also ich habe nicht am Boden gesessen und daran kann ich mich nicht an nichts mehr erinnern. Also ich weiß, ich bin in die Ecke gekommen und habe dann wie gesagt nur so eine Eisdusche bekommen von ihm. Doch, an was ich mich noch erinnern kann, ich hatte so einen blöden Brustschutz oben. Und da sind mir diese Brustschutz, diese Plastikhüllen, sind mir ständig verrutscht. Und ich glaube, das hat mich dann auch nochmal irgendwie durcheinander gebracht, wenn man die ganze Zeit da irgendwie versucht, da seine Brustschützer zu richten. Und dann weiß ich noch, hat er sie irgendwann rausgerissen einfach während das, also in der Ringpause und hat gesagt, egal, weg damit und jetzt konzentrier dich mal wieder. Und am Ende hast du den Kampf gewonnen. Ja. Also insgesamt, ich meine, bei 30 gewonnenen Kämpfen von 31, das ist ja immer eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Und 13 K.O.-Siege, unglaublich. Also du hast 13 deiner Gegnerin einfach mal umgehauen. Ja. Stefan, du als Trainer kannst dich wahrscheinlich an alle Kämpfer erinnern. Ja, kann mich eigentlich, würde ich sagen, teilweise besser daran erinnern als Ramona. Also ich merke mir das und Ramona hat ja doch ein, zwei Kopftreffer manchmal gekriegt, dass er dann auch verhistigen wen das war. Aber nee, nee, kann mich schon an alle erinnern. Und an denen besonders, weil es eben, da war sie ja noch ein Greenhorn mehr oder minder auf der großen Bühne und da hat sie sich einfach durchgebissen. Da war sie super fit, sonst hättest du den schweren Treffer nicht verkraftet und hat gezeigt, dass er eigentlich willensstark ist, also dass man sie nicht so leicht brechen kann. Darum geht es ja letztlich beim Boxen leider. Man muss den anderen ja irgendwie zumindest so viel Schmerzen zufügen, dass er keinen Bock mehr hat auf Boxen. und da hat sie sich eben durchgebissen. War ein knapper Sieg, aber sie hat viel daraus gelernt, was so die Vorbereitung davor angeht, was man für eine Klamottenauswahl trifft, dass Klamotten nicht immer geil aussehen müssen im Ring, sondern manchmal auch praktisch sein müssen und dass die Haare nicht nur schön aussehen müssen, irgendwie mit Fabian Flechtereien irgendwie, sondern dass es auch alles praktisch sein muss. Also da hat sie viel daraus gelernt. Ja und das Gute war, dass ich eben, weil er sagte, dass man eben den Willen des anderen bricht und da habe ich natürlich den Vorteil gehabt, dass meine Gegnerin, die war zwar eigentlich erfahrener als ich, aber die hat das nicht so mitbekommen. Die hat zwar klar in dem Moment mitbekommen, dass sie mich angeklingelt hatte, aber sie hat eigentlich nicht mitbekommen, dass ich gar nicht da war, die ganzen Runden über und hätte sie das gemerkt oder hätte ihr Trainer gesehen, dass ich eigentlich gar nicht da bin, dann hätte sie eigentlich nachsetzen können und dann wäre es auch vorbei gewesen. Dann hätte der Ringrichter wahrscheinlich irgendwann einfach gesagt, du hier ab. TKO. Genau, aber dadurch habe ich natürlich dann auch irgendwann wieder reingefunden und habe dann also nur funktioniert und konnte dadurch dann also den Kampf dann nochmal auf meine Seite ziehen. Also ich glaube auch, dass das ein Außenstehender kaum gemerkt hat. Also die Kunst ist ja im Ring, dass wenn du hart getroffen wirst, die das nicht anmerken lässt und auch nicht emotional wirst. Und da ist Ramona schon in den suited Pokerface. Sie hat da schon einige Kämpfe gehabt, wo sie schwere Treffer kassieren musste und eigentlich ich seht und merke, weil ich sie ja kenne, 24 Stunden sieben, aber andere sehen es ja nicht und wenn sie danach irgendwelchen Leuten erzählen, Mensch, fünfte Runde, da meine Herren, da heik mal kurz, weil ich ihr Bein habe, sagen die, wie, habe ich gar nicht gesehen, wo waren wir. Also du musst doch pokern können und das kann sie, man sieht dir das ja nicht an. Und im Nachhinein bin ich dann doch wieder stolz, weil diese Galina Ivanova hat im Kampf danach auch eine ungeschlagene Weltmeisterin mal ganz kurz in Dänemark richtig weggefiedelt und da habe ich gesagt, ja, du hast es geschafft, du hast es geschafft. Also eigentlich so war, man sagt ja immer so, falscher Gegner zum falschen Zeitpunkt, die war eigentlich schon viel zu stark und viel zu ausgebufft für Ramonas Stand damals. Also von daher war das von Ramonas schon eine Megaleistung. Sag mal, zwei, drei Kämpfe später hätte es für Ramona auch wieder anders gesehen, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher geworden, aber da haben wir einfach Erfahrung, kann man nur durch Erfahrung ersetzen und da hat ihr ein bisschen Erfahrung gefehlt. Weißt du, dass ich mich frage, Stefan? Wenn man als Trainer einen Schützling in den Ring schickt und der geht zu Boden, dann sagt man als Trainer, ja, passiert halt. Aber bei dir ist es ja anders. Sie ist ja nicht nur dein Schützling im Boxen, sondern sie ist deine Partnerin, deine Ehefrau. Fühlt sich das dann anders an? Also so emotional werde ich jetzt nur, wenn ich so zuhöre, wie sie erzählt oder danach bei Pressekonferenzen oder wenn wir mal gewonnen haben, was ein schwerer Kampf war, aber bei den Kämpfen funktioniere ich nur genauso wie bei allen anderen Sportlern. Da ist sie eine Sportlerin, Punkt. Mehr nicht. Aber nehmen wir mal an, sie würde schwer getroffen werden und zum Boden gehen. Dann würde ich so entscheiden wie bei allen anderen Sportlern auch. Also dann ist es so. Entweder ist es dann so, dass man sagt, okay, das war ja zu viel, man muss den Sportler rausnehmen, aber da wird jetzt nicht entschieden, der Sportler liegt mir näher als der andere, weil es ja auch, die Sportler vertrauen ja jeder gleich, ob ich jetzt mit jemandem verheiratet bin oder nicht. Und da hat man dann schon die Pflicht, sich bei allen gleich zu verhalten. Also das Emotionale muss dann auch außen vor bleiben, weil sonst könnte ich es auch nicht machen. Also funktioniert ja nicht. Ich stelle mir das schwer vor. Also ich könnte es nicht. Also ich leide ja schon mit unseren Jungs mit. Wenn man die kennt, ist es was anderes, als wenn dann Wildfremder in den Ring geht. Aber ich leide mit den Jungs. Ich glaube, ich bin aufgeregter als zu meinem eigenen Kampf, wenn die reingehen, weil man so hilflos ist. Aber weil du gerade achst, ob er denn Emotionen zeigt. Also ein Glück zeigt er sie nicht. Aber ich kann mich an einen Kampf erinnern. Da ging der Kampf los und er ist noch nicht mal die Treppen unten gewesen. Da habe ich schon auf dem Hintern gesessen, weil ich wollte gleich vor der ersten Runde an alles zeigen und bin ganz trocken einfach in eine Rechte reingelaufen. Wirklich, also wir haben, glaube ich, beide die ersten Schläge gemacht und ich habe gleich mit einer trockene Rechte eingefangen und habe sofort auf dem Hintern gesessen, bin hochgesprungen, weil ich dachte mir, warum zählt der mich jetzt an? Was war denn gewesen? Bis im Nachhinein, ich kapiert habe, okay, die hat dich jetzt mal kurz auf die Bretter geschickt. Was natürlich in dem Fall wieder gut war, weil es war jetzt kein Wirkungstreffer wie jetzt bei dem Galina-Kampf, dass es alles vibriert hatte, sondern es war so ein bisschen wie so eine Hallo-Wach-Ohrfeige. Da hat es nichts gemacht, außer dass ich plötzlich wach war. Also es war ganz praktisch. Lustig war nur, wie er mich dann in der Ring-Ecke begrüßt hatte, weil es hätte ja auch zu Ende sein können. Nach 25 Sekunden oder was es war. Und dann kommt er nur an und zu mir sagt so, na, sind wir jetzt wach? Dann dachte ich so, ja, ja, klar. Dann sagt er so, dann mach mal jetzt ein bisschen ruhiger. Ich stelle mir immer vor, wie das ist. Es gibt ja ein Leben nach dem Boxen. Das ist ja so. Es wird noch ein bisschen dauern, aber in dem Augenblick, wo ich als Ehemann darüber nachdenke, was mit meiner Frau da passiert, wenn sie einen Wirkungstreffer kassiert und da auf dem Ringboden liegt, das wäre für mich schon hart. Aber darfst du ja nicht. Du musst als Trainer hart durchgreifen. Ja, das ist nun mal Sport. Also haben wir uns gemeinsam ausgesucht und wie gesagt, ich musste das ja auch lernen. Also so ein Jahr, das erste Jahr haben wir Bela ein bisschen geübt. Sie musste mich respektieren und ich musste eben lernen, dass sie auch nur eine Sportlerin oder ein Sportler ist. Aber das funktioniert. Emotionen rangehen würde, wo ich gesagt habe, Ramona, lass uns sofort aufhören und geh nie wieder in den Ring. Ich kann das nicht sehen. Aber sie ist eine Sportlerin und sie ist immer gut vorbereitet, wie meine Jungs auch. Und wenn da dein Sportler gut vorbereitet ist, dann kannst du eigentlich sagen, okay, wir können den Wettkampf bestreiten und dann obliegt es mir, die Fürsorge zu haben, je nachdem, wenn es schwer wird oder der Kampf so einseitig ist, dass wir auf der Verliererscheise sind, den Sportler zu schützen und den Micken dann einfach rausnehmen. Aber das mache ich bei meinen Jungs so und das mache ich bei meiner Ehefrau so. Das werden keinen Unterschied gemacht. 2012 und 2014, die war es eine Knieverletzung. Wie ist es dann, wenn du dich anschließend wieder zurückkämpfst und er sagt, komm, du musst jetzt, du musst jetzt, du musst und dann sagst du dann zwischendurch, lass mich doch mal in Ruhe, ich kann nicht mehr. Nein, also eigentlich bin ich ja froh, wenn er mir sagt, also er hat mich anfangs wirklich gefragt, sagt er, willst du weitermachen oder wollen wir aufhören? Also das war wirklich eine ehrliche Frage. Habe ich gesagt, nein, ich will weitermachen, aber ich brauche Hilfe. Und da war ich natürlich dann froh, dass er mir schon ab und zu mal gesagt hat, von wem komm, jetzt hab dich mal nicht so mädchenhaft, jetzt beiß mal durch und zieh durch, was auch gut war. Aber es gibt natürlich dann auch wieder Phasen, wenn man dann wirklich overloaded ist, wo ich dann sage, Mann, jetzt halt doch einfach mal in die Klappe, ich kann nicht mehr so. Also natürlich gibt es auch so eine Situation. Aber im Nachhinein bin ich dann doch wieder froh, dass er es so gemacht hat. Klar, ich habe auch schon heulend auf dem Platz gestanden, weil er mich dann hat einfach stehen lassen. Jetzt musst du dich die Augen verdrehen, es ist so. Ich muss mal sagen, im Rahmen dieser Verletzung, da die Reha, die wir hatten, da war sie erstmal sehr gut betreut mit den Physiotherapeuten, die sie damals hatten. und ich habe ja dafür gesorgt und sie wollte doch, dass er eigentlich jeden Tag da ist. Also entweder habe ich sie hingefahren, hinfahren lassen, das irgendwie organisiert und sie war vier, fünf Stunden teilweise. Das war wie ein Arbeitstag, um wieder gesund zu werden, um fit zu werden. Erstmal für den Alltag fit zu werden und dann auch für den Sport fit zu werden. Also da war auch wieder ihr Ehrgeiz und Zielstrebigkeit. Das hat sie ja gemacht, hat ja kein anderer. Ich konnte nur unterstützen, nämlich gesagt, okay, du wirst da hingebracht. Und für diese Sportplatznummer, naja klar, Ramona wurde schon immer härter herangenommen als die Jungs. Also ist so. Da mecke ich heute. Das wäre wahrscheinlich diese Liebe, dass ich dann sage, okay, die Frau werde ich jetzt richtig fördern und fordern. Ne, die wurde schon sehr hart rangenommen. Aber man kann auch nicht mit jedem machen. Also ich habe Sportler, da geht es auch. Dann hast du wieder Sportler, die sind ein bisschen weicher vom Charakter her. Wenn du die dann zweimal richtig anfährst, dann ist für die der Tag hier laufen. Also da muss man auch als Trainer eine Detention haben und wissen, mit wem kann ich es machen, wen bringt der dazu, dass er mehr Leistung bringt und wen kann ich brechen. Das ist dann auch meine Aufgabe. Und Ramona hört dazu, die kann man manchmal ein bisschen härter anfassen, finde ich. Ramona Kühne und Stefan Kühne sind zusammen ein Kampfsport-Ehepaar. Man kann es so sagen, wie löst ihr denn eure Konflikte zu Hause in eurer Ehe? Gibt es das aufs Maul oder regelt ihr das mit Worten? Mit Ching-Shang-Shong. Brunnen-Event. Und jetzt im Ernst? Wir haben keine Konflikte. Nö. Eigentlich muss ich sagen, es ist alles recht harmonisch. Und wenn sie mal recht... Ich meckere manchmal, wenn er den Haushalt nicht so macht, wie ich es möchte, aber... Und wenn sie mal recht haben will, gebe ich ihr Rechte, tut nicht weh, habe ich über die Jahre gelernt und dann muss man wissen, wie man das so ein bisschen handelt und dann ist es wieder wohl. Stefan, wen trainierst du da eigentlich noch neben Ramona? Ich habe noch Stefan Hertel, Enrico Kölling, Burak Sahin, Philipp Singhi, Ronny Gabel, Dokamantayev und noch einen, der jetzt Profi werden will, Arami. Kommt aus Kamerun. Aber es sind ja schon erfolgreiche Sportler auch dabei. Das heißt, also dein Tag dreht sich schon rund ums Boxen? Ja, eigentlich schon. Also man hat regelmäßig zu tun und bei den Jungs oder bei den Mädels ist es ja auch so, du bist ja nicht nur Trainer, bist ja auch so ein bisschen Papa, Psychologe und so, die rufen dich auch mit anderen Sachen an. Also du bist schon den ganzen Tag beschäftigt, einer hat immer irgendwas zu laufen, was schief gelaufen ist in seinem Leben, entweder privat oder auch sportlich und dann fahren sie schon um Rad. Also das ist schon ein guter Job, kann man sich schön mit beschäftigen, mit den Jungs. Ramona, mit dem Beginn deiner Profikarriere war dann Jiu-Jitsu auch ad acta gelegt. War das für dich klar, dass du das nicht mehr machen möchtest oder manche machen ja auch Dinge parallel? Nein, ich glaube, ich habe meinen letzten Jiu-Jitsu-Kampf 2005 gemacht. Also eigentlich kurz bevor ich dann Amateurboxen gemacht habe. Genau. Also quasi gleichzeitig. Also damit war das auch erledigt. Dann war es klar, dass du nur noch Boxerin sein möchtest. Ja. Das Problem war, als wir uns kennenlernt haben, hat sie Jiu-Jitsu Kickboxen gemacht und ich habe sie eben sozusagen im Boxen trainiert, dass sie da stärker wird. Habe mir ein paar Sachen einfallen lassen, dass sie noch körperlich stärker wird und sie hatte ja im Jiu-Jitsu und Kickboxen ja keine Gegenden mehr. Die haben ja alle abgesagt. Also das war recht kompliziert. Aus Angst. Ich habe sogar schon in leichten Männergewichtsklassen mitkämpfen müssen, weil es keine Frauen mehr gab, die mit mir in den Ring steigen wollten. Also beim Jiu-Jitsu oder ich musste dann extra zwei Gewichtsklassen höher starten, damit ich dann überhaupt noch einen Kampf bekomme. Habt ihr denn schon mal gegeneinander gekämpft? Im Training, als ich noch nicht so viele Sparingspartner habe, wenn ich noch ein bisschen jünger war, da habe ich mal Ramona gezeigt, worin lang geht. Vielleicht war es auch umgekehrt, Ramona, oder? Jetzt würde ich sagen, hätte er nicht mehr so viel Chance, außer er überrascht mich in den ersten 30 Sekunden. Jetzt bin ich so schwer, ich schmeiße mich einfach auf Ramona rauf, dann hat sie keine Chancen mehr. Das ist aber unfair. Nein, aber er war ja auch ein guter Amateurboxer. Also das ist ja nicht so, dass er jetzt nicht boxen kann. Und da hat er mir natürlich dann gerade so am Anfang, hat er dann so mit so ein paar Kuchentricks, hat er mich dann schon manchmal ordentlich ärgern können und er hat mich auch einmal ordentlich angeklingelt. Angeklingelt heißt für alle, die jetzt draußen sich fragen, was meint sie damit? Da waren schon mal kurz die Lichter an. Also man war schon mal kurz schwarz vor Augen sozusagen. Genau, genau. Ja, ja. Da hat er mich mit so einem Kuchentrick irgendwie überrascht. Ich weiß nicht mehr, ob er irgendwie unten einen Haken angetäuscht hat, oben geschlagen. Also wie gesagt, heute würde ich nicht mehr drauf reinfallen. Man weiß es nicht, aber okay. Aber damals war es schon so, da hatte ich Glück gehabt, dass er dann aber auch in der Nähe stand. Also ich wäre jetzt nicht schwer K.O. gegangen, aber es war schon so, dass ich sagte so, ui, bumm, kurz mal die, wie gesagt, die Sternchen gesehen. Aber er hat dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, ich mache nie wieder mit ihr Sparring, weil das kann nicht sein. Er konnte mir dann nicht mehr wehtun. Nee, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ramona Kühne, du weißt, es gibt eine Zeit nach dem Boxen. Irgendwann wirst du auch den aktiven Boxsport an den Nagel hängen müssen und dementsprechend orientierst du dich neu. Und ich finde, du stellst das auf verschiedene Beine und ich finde es interessant. Also du bist zum einen Keynote-Speaker, darüber reden wir gleich, Ernährungsberaterin und Personal Coach. Ich habe jetzt gerade heute zufällig gesehen, in meiner Erinnerung, dass ich genau heute vor vier Jahren das erste Mal als Speaker auf der Bühne stand. So kommen wir gleich zum Thema. Also dass ich seit vier Jahren bin ich auch als Speaker unterwegs und was mir auch viel Spaß macht, was aber für mich noch nicht ganz so locker vor der Hand geht, wie natürlich das Boxen. Das müssen wir kurz erklären. Was macht man als Speaker? Na, bei mir ist es so, ich bin so ein bisschen Storytelling, also sprich aus meiner Lebensgeschichte, die ich erzähle, versuche ich immer die Brücke dahin zu schlagen, welches Publikum natürlich vor mir sitzt. Also meistens werde ich natürlich Firmen intern gebucht und habe dann den Auftrag, die Leute irgendwie neu zu motivieren, eben zu sagen, mit meiner Geschichte, wie erreiche ich Ziele, wie motiviert man sich und wie hält man auch nach Rückschlägen immer wieder durch, weiterzumachen. Das ist das beste Beispiel dafür. Also mit einem schweren Unfall in der Kindheit trotzdem eine Profikarriere zu starten und zwischendurch das eine oder andere Körperteil einzubüßen und trotzdem weiterzumachen. Genau. Und dann gerade noch eben in einer, ich sag mal, klassischen Männerdomäne, was natürlich dann auch so, gerade wenn so Führungskräfte vor mir sitzen, was dir zu 70, 75 Prozent aus männlichen Zuschauern besteht. Ja genau, Zuhörern ist, was natürlich dann immer wieder sehr interessant ist, zu sehen, wie die dann reagieren. Also vorher natürlich so ein bisschen und hinterher dann alle so, oh, cool. Aber Personal Coach ist auch, also man kann dich also buchen, wenn man sagt, ich muss unbedingt ein bisschen abnehmen und ich will mich ein bisschen sportlich betätigen, kann man dich auch buchen als Personal Coach. Darf ich ganz kurz so flöse von meiner Frau sein? Na klar. Sie macht sich immer so klein. Sie hat vergessen zu sagen, dass sie bei Speakers Excellence unter Top 100 Speaker ist. Darf man nicht vergessen. Hat sich gerade nicht ergeben. Europas größte Redneragentur. Aber gut, dass Stefan da ist und solche wichtigen Sachen hier einwirft an dieser Stelle. Deshalb habe ich euch ja beide eingeladen. Das ist gut. Das ist aber mein Vorteil, dass wenn ich mal was vergesse, ich habe eine Ausrede und notfalls habe ich immer mein The Brain bei mir. Genau. Und wenn ich es vergesse, dann kriegt er nach einem Anschluss. Warum hast du nicht dran gedacht? Einer muss ja schon sein, sondern nicht ich. Absolut. So, Personal Coach, also geht, ja? Man kann sich von dir coachen lassen, wenn man sagt, ich möchte gerne irgendwas machen, sportlich oder ein bisschen abnehmen oder sowas. Genau, genau. Sowohl als auch. Also die meisten wollen natürlich die Verbindung haben, dass sie sagen, dass gerade dieses Training auch boxspezifisch, was natürlich den meisten unheimlich viel Spaß macht, wenn sie dann natürlich auch noch ein Ziel haben, zu sagen, ich wollte jetzt ein bisschen Muskelmasse aufbauen oder ein bisschen Fett abbauen oder einfach nur fitter werden und dazu dann auch eben meiner Meinung, also dass ich sage, jetzt könnt ihr eure Ernährung, wollen die meisten auch irgendwie nochmal angepasst haben. Also das greift so ineinander. Ich glaube, es kann keiner besser darüber erzählen, als du, wenn man 83 Kilo gewogen hat und zwischendurch sein Gewicht bei sportlicher Muskelmasse auf 56 Kilo reduziert hat, dann kennt man sich, glaube ich, damit ganz gut aus, weil man es alles mal ausprobiert hat. Genau. Und man kriegt euch dann auch als Team? Nein, also eigentlich bekommt man mich alleine. Es gibt natürlich die Möglichkeit über eine Agentur, zum Beispiel Unity, kann man uns quasi auch als Team buchen. Dann ist es quasi ein ganzer Tag, den man uns bucht. Da ist dann alles dabei, Training, Coaching, auch ein kurzes Speech von mir ist mit bei. Das ist natürlich dann eben als kompakt auch zu buchen, genau. Also wer sich dafür interessieren sollte, der kann sich mal an den einschlägigen Netzwerken informieren. Also ich nehme an, bei Facebook und bei Instagram gibt es da Infos darüber. Ihr habt auch eine Internetseite? Ja, ich habe auch eine Internetseite, na klar. Wie heißt die? RamonaKühne.com So, jetzt zum Schluss noch mal ganz kurz den Fokus aufs Boxen, weil 2020 passiert noch einiges. Meine Frau ist diese der 40 geworden und Das ist nicht schlimm. Ich habe es schon hinter mir. Ich stehe noch kurz davor. Nein, die Zahl ist ja an sich nicht das Entscheidende, würde ich sagen. Jedenfalls will sie diese der noch mal einen Titelkampf bestreiten. Die Planungen laufen da mit Ulf Steinfurt, also bei dem hat es mal angefangen, wie gesagt, 2007 und mit dem wollen wir ja in Serne so die Zielgerade einläuten und da sind wir jetzt alle in den Planungen und jetzt muss hier geguckt werden, dass eben eine Örtlichkeit gefunden wird, eine Stadt und das Fernsehen auch noch mit dem Termin einverstanden ist. Und eine Gegnerin. Eine Gegnerin, ja, aber erstmal müssen die anderen Parameter stimmen, weil sonst weiß man nicht, wo man die Gegnerin einladen soll, wenn man noch nicht weiß, in welcher Stadt und zu welchem Termin. Das heißt, du willst in deinem 40. Lebensjahr deinen 14. WM-Titel holen? Ja, mit dem 32. Kampf dann. Denkst du jetzt schon an deinem Karriereende irgendwann nach oder ist das irgendwie noch so weit weg, dass du sagst, nee, also ich mache noch fünf Jahre? Nein, also ich sage es ganz offen raus, ich möchte ganz gerne als Weltmeisterin auch dann abtreten. Aber du könntest ja jetzt als Weltmeisterin abtreten, weil du bist jetzt 13-Fahrer Weltmeisterin. Ich möchte natürlich noch mal so einen großen Abschied bekommen. Also ich möchte schon einen größeren Abschied haben. Wobei wir uns letztes Mal darüber unterhalten haben, wo ich zu ihr gesagt habe, zu Hause auf der Couch sitzen, keinen Heiratsantrag, sondern ich gefragt habe, kannst du dir vorstellen, dass irgendwann mal vorbei ist mit dem aktiven Sport? Und dann sagt sie mir, nee, ich sage mir auch nicht. Aber wir lassen uns mal überraschen, weil das wird auch interessant. Also von daher bin ich froh, dass sie so ihr zweites Standbein mittlerweile versucht aufzubauen und zu etablieren, weil nichts ist stummert, wenn du mit dem Leistungssport aufhörst und sagst, so was mache ich jetzt. Also das wäre dann irgendwie nicht so schön. Ja, und dann so ein bodenloses Loch fällst, weil man nicht weiß, was mache ich jetzt mit meiner Tagesfreizeit. Passiert bei euch nicht. Also wir nehmen das jetzt mal als gesetzt. Also 2020, 14. WM-Titel vielleicht eventuell beim 32. Profikampf. Und es wäre dann auch der 31. Sieg, so du ihn gewinnst. Unglaublich. Das wäre, glaube ich, ein schöner Abschied. Und dann können wir uns anschließend wieder treffen und uns über weitere Projekte unterhalten. Gute Idee, oder? Sehr gerne. Das finde ich toll. Bis dahin findet man Informationen im Internet über euch. Sag nochmal eure sozialen Netzwerke, wo man euch findet und unter welchem Namen. Ganz einfach. Also man findet mich immer unter Ramona Kühne. Entweder auf meiner Homepage ramonakühne.com oder auch auf Instagram. Genauso wie bei Facebook, bei LinkedIn und Xing. Einfach meinen Namen eingeben und man findet mich. Und wenn man den Stefan finden möchte? Der Stefan ist auch ein New Influencer geworden. Ich wusste ja bis vor kurzem nicht, wie das geht, aber meine Frau und meine Sportler haben es mir erklärt. Und ich habe auf Instagram eine Seite, Boxteam Kühne. Und da versuche ich eben so ein bisschen Eindrücke von unserem Boxteam zu vermitteln. Aber betrifft auch die Jungs, nicht nur Ramona, sondern auch die Jungs die noch trainieren. Was soll ich sagen? Viel Erfolg für euch. Ihr seid als Team für mich wirklich unschlagbar. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ihr da wart und hoffe, dass wir uns dann bald bei Gelegenheit wieder über interessante neue Dinge unterhalten können. Sehr gerne. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Sehr gerne, ja. Tschüss. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neuste Podcast jeden Mittwoch. BB-Radio. Ja. 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 Ja.